Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezichtet. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So einen kleinen Toast mit Rührei oder Putenwiener. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020